Seit BEMA bin ich einfach, man glaubt es ist, ich beweglicher. Ich fühle mich einfach gut, ich fühle mich aufgeräumt, ich fühle mich auch im Kopf fitter. Ich habe fünf Tage die Woche, 14 Stunden zu arbeiten. BEMAX ist meine Auszeit, die für mich unheimlich wertvoll ist. Und ich fühle mich einfach, darf man nicht sagen, aber sauwohl. Manche ausein, meine Auszeit, die Schiffshaube, schweizer Leidner, den befehlten Sie, die Schiffshaube, die Kaffee, die Kaffee, die Schiffshaube und vor allem an der Grund der Kaffee oder die Schiffschaube und die Lenkthalle. Vielen Dank.